Ja. Hallo, Mrs. Spocky. Und willkommen wieder zurück zu einem Badon-Part von Roots of Han. So, naja, ich bin jetzt wieder hier. Oh mein Gott, ich habe Schaden bekommen. So, ich versuche jetzt mal irgendwie wieder dahin zu kommen, wo wir einmal waren, irgendwann. Beziehungsweise wir könnten noch ein bisschen weiter Holz farmen, gleichzeitig. Weil wir brauchen ja Holz, paar Stacks, zwei, drei, vier, fünf etwa. Nein, vielleicht zwei, drei Stacks oder so brauchen wir für ein komplettes cooles Haus. Und für ein bisschen Holz, ja, auf Dauer. So, Creeperchen gefällt mir jetzt nicht. Nein, nein, böser Creeper. Nein. Nein, naja, immerhin müssen wir nicht alles farmen. Aber hier sind wir noch Holz. Nein, okay. So, äh, warte mal. So, eins, zwei. Das hätten wir eigentlich auch noch tun können beim Tool der Truhe, genau. Ähm, ja. Genau, das wollte ich sagen. Ähm, wir waren noch ein bisschen weiter auf. Weil wir gerade Holz brauchen? Ja? Doch. Und, naja. Ähm, seltsames Geräusch. Natürlich. So, ähm, worüber können wir denn heute sprechen, wenn wir ein bisschen Holz abbauen? Was ist Holz? Holz ist ein... Nein, das habe ich schon mal gemacht. Hm. Okay, dann... Fuck you. Hell. Warte mal. Okay. Wie ich eiskalt einfach mal... So ist das Holz abbauen. So. Und dann ist mal ein Lebens... ...lebes riskieren. Hä? Was? Was? Nein. Hey, du. Nein. Warte, warte, warte. So. Okay. So, was ist das für ein Baum da hinten? Sieht schon cool aus. Aber die Frage ist... Ist es das auch? Dam, dam, dam. Spekulieren Sie mit Dr. Zeroes. So, was das eigentlich ist. Das habe ich schon mal in Alperion einstieg gebracht. Aber damals war es sogar mit deiner Zeichnung. Äh. So. Hell. Hell. Du bleibst hier. Heck. Danke. So. Wir könnten eigentlich das Koppe abbauen. Aber ob es uns irgendwas bringt. Weil es ist Technik, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das dafür brauchen kann. Also für irgendwie irgendwas ähnliches wie Magie. Könnt ihr auch mal schreiben. Kommt, ihr seid sicher irgendwie... Ihr habt sicher irgendwie Ahnung von Magie. Irgendwas wisst ihr doch. In Feeder Beast. Das könnt ihr mir doch schreiben. Irgendwas. Weil ich habe keine Ahnung. Not any Ahnung habe ich. Und ich muss jetzt einfach mal... Ich habe den Drang, dieser Spaß, sich hier zu killen. Weil die machen mir wirklich Angst. In letzter Zeit. Und... Das wollte ich schon verschwinden. Seht ihr? Seht ihr? Das ist... Nicht wirklich normal. Hallo? Wenn ihr das normal nennt, dann weiß ich nicht, was ihr... Was ihr meint. Sozusagen. Wir wissen, was sie troppen. Troppen die überhaupt irgendwas? Hey, hey, hey. Weiter, 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 weiter. Ey, weiter, weiter. Weiter mal. So. Oh, wir da. Na, wie geht's dir? Ah, noch mehr Von diesen großen Helden Oh, hallo Freundchen So, warte mal Ich muss kurz was fressen Gib mir ein bisschen Zeit, ein bisschen Zeit, warte mal Und Okay So Der Herr Herrmann Der klopft schon an der Türe Beziehungsweise Wir arbeiten ein bisschen, aber naja Falls ihr irgendwas hört namens klopfen Dann Geht mal zum Herr Herrmann Ich hab keine Ahnung warum Herr Herrmann, aber keine Ahnung Ja, geht schon Ich kenn den Typ nicht, so Aber naja, ist das Ja, ja, egal, ich weiß nicht wer das ist Ob das jetzt der ist, den ich kenne Aber ich werde jetzt keinen Namen nehmen Also vielleicht Herr Herrmann Weil ihm der Name gefällt Und warum ist Okay, dieses grüne Erz Hab ich wirklich keine Ahnung was es ist Ich hab ja mal schon Hm Ich hab schon mal Feed the Beast gespielt Warum weiß ich denn So nicht was Sachen Oh, da unten ist Äh, 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 äh Äh, äh, was ist denn da Warte mal Wie nennt man das denn Oh, Bücher, genau Danke Für den Gedankenstoß Oder sowas Halt die Fosse Ah, guck mal her Guck, guck So So, danke So, perfekt Oh mein Gott 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 Das ist nicht sehr gut Ich will jetzt einfach nicht sterben Ich will nicht sterben Nein, 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 nein Fick dich Fick dich Okay Gehen wir wieder zurück Schnell Sofort Hey Oh mein Gott Oh mein Gott Nee, oder Warte mal Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn Heil nach unten kommen? Oh mein Gott Oh mein Gott Wie zum Teufel Soll ich Heil nach unten kommen? Hahaha Geil Okay Challenge Accepted So Naja, egal Äh Irgendwie muss ich das schon schaffen Und ich werde es auch schaffen Äh Habe ich mir noch nicht ganz sicher Hahaha Darf ich? Ach komm Das mache ich jetzt mal kaputt Das ist halt nicht so was Schlimmes Das sieht man hier kaum Jetzt werde ich sicher gebannt Du hast ein Blatt putt gemacht Nein Okay, ähm Warte mal Schauen wir es Ins Wasser zu sprengen Wahrscheinlich nicht Aber Ich versuche es draußen Ah Nein Nein Okay Wir versuchen es nochmal Okay Nein Fuck Jetzt haben wir Letters Das Uh, wir haben es geschafft Okay Wir haben Letters Das wieder weg Cool Das habe ich natürlich Sehr gut gemacht Habe ich gut gelöst Tut mir leid Äh Haguchi Genau Wollte ich gleich sagen Aber ja Ähm Tut mir leid Ich wollte nicht Deine Sachen Deine Mit Deine Deine Grundstück Mit Blut Vergissen Und sowas Aber egal So Ähm Irgendwo da hinten War Und dann Unser Latest Death Das weiß ich noch Irgendwo da hinten Wird es nicht irgendwie sagen Irgendwo Ob irgendwo da hinten war Ist schon So Ähm Einfach 200 Blecke Weiter nach hinten Juhu Na das kann Spaß werden So Ich glaube wir sind schon 50 Blecke Weiter nach hinten gegangen Oder Ach 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 Äh Oder Warte mal Ja vielleicht Nee Ich weiß es nicht Äh Ach 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 Äh oder Ha Was Je Warte mal Irgendwo Muss doch Ähm Eben Hallo So Okay Zoomstufe Na super Was ist das? Abspürzt? Abstoß Ah okay Doch nicht Cool Okay Na dann Hey da geht's Ins Abenteuer Mit einem Behinderten Schleim Ah das ist ein Schwein Okay Fast das gleiche Das ist ja nur Ein Buchstabe Na zwei Buchstaben Schleim Schwein Doch Zwei Buchstaben Okay 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 Irgendwo hier Eigentlich schon Äh Nein wir sind schon lange Daran vorbei Meine Güte Meine Güte Wir sind schon lange Daran vorbei Das ist ja Oh mein Gott Oh mein Gott Nicht da werden Werden das nicht mehr schaffen Also glaube ich Kann schon sein Das wäre schon Schaffen Aber Das wäre schon Ziemlich cool Aber es wäre schon Ziemlich unwahrscheinlich Aber auch cool Aber unwahrscheinlich Aber cool Egal So Wo sind wir denn Durchgelatscht So Waren wir hier schon Kann ja Ja Sein Hä Warte mal Wo waren wir denn Hallo Will mir mal Jemand Antworten Wo ist unser Zoho X Warte mal Äh Steuerung And the perk Dings Taken 14 Yeah MPS K vielleicht K Okay Nein Das ist etwas anderes Okay Das ist etwas anderes Cool Hm Nein Cool Period Nein Okay Alles klar Let's In Venmar So Ich finde es schade Wir haben es nicht geschafft Mission Erfolgreich Verkackt Was Okay Ähm Hi Ho I A U A Ballabang Bing 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 Bang Oder sowas Okay Ähm Leute Ich glaube wir werden es nicht mehr schaffen Ich glaube wir werden es nicht mehr schaffen Versuche ich es wert Aber ich werde Ich glaube nicht dass wir es schaffen werden Vor allem warum ist es schwarz Diese verdammten Bugs Licht Bugs Ihr seid scheiße Gibt es sie eigentlich auch in der 1.7 Ich weiß es nicht mehr Okay Ich glaube nicht dass wir das noch schaffen werden Aber es war mir eine Ehre Für sie gedient zu haben Oh warte mal Hier Hier war es doch Irgendwo Hier Wenn wir jetzt Nein Nein Darauf habe ich jetzt keine Lust Nada Lust habe ich jetzt drauf Was ist das für ein Baum Das ist jetzt auch ein Baum Das ist ja irgend so ein Special Baum Irgendwas Spezielles My Power of Wood Uh Okay Leitsam als Bäumchen Aber cool So Ich würde sagen Wir beenden hier somit Vielleicht sogar ein Part Und Sehen uns dann Somit Beim nächsten Mal Und Bis Warte mal Noch nicht bis dann Warte Ich suche noch ein bisschen weiter Bis Weißt du was Weißt du was Ich suche noch weiter In der nächsten Aufnahme Sehen wir mal Ob ich es geschafft habe Oder nicht Ich sehe es halt schon früher Haha Beziehungsweise Ich kann jetzt eigentlich schon Hier was fressen Ja Und Ansonsten Wir sehen uns Bis dann Tschüss Ciao In dem Sinne Tschüss Bieren Okay Tschüss Mmh Mmh Untertitelung des ZDF, 2020